Zwei ganz alte Bavarian Race Turnierhasen mit dem Gesicht zur Wand, den kennt ihr alle, der hat ja auch schon die Endausscheidung gewonnen, Mr. Bavarian Race überhaupt. In Wienholmsdorf, 6. Oktober 2023 und fängt gleich ein bisschen halb artistisch an. Ja, schön gewesen. Oh. So gut. So gut. Oh nein, das ist ein bisschen so in der Hand. Wir spielen komplett. Ja. So gut. So gut. Ah. So gut. So gut. So gut. So gut. Danke. Amazing. Unvergiviertel Viaje in MDR. Nein! Vielen Dank. Lass den Scheiß sein. 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 Vielen Dank. Applaus 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 Das ist ein Schuss für mich. Jaaa! Richtig! Ah, das kann man auch nicht. Wahnsinn! Wie sind die Schuhe? Das ist ein Schuss für mich. Das ist ein Schuss für mich. Ein Schuss für mich war das. Das ist ein Schuss für mich. Das ist ein Schuss für mich. Das ist ein Schuss für mich. Vielen Dank.